Ah, yeah! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich darf euch wieder ganz herzlich willkommen heißen bei Let's Play Counter-Strike Global Offensive bei Overwatch. So, die Terroristen stehen acht, die Antiterroristen stehen neun. Aha, ja, okay. Ich glaube, wartet mal, ich habe hier eine wunderschöne Funktion. Oh, wie geil ist das, Junge? So, jetzt passt es auf, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Ja, hört auf jeden Fall an. Das haben wir auch sowieso schon gesehen. Warte mal, eins, vier, ja, das ist schon ganz nice, okay. Null ist stehend, okay, ja gut. So, gucken wir uns das jetzt nochmal ein bisschen an, weil ich will mal ein bisschen geile, geile Slow-Mos machen, wisst ihr, was ich meine? Ah, ich habe skippt. Gut, Freunde, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, weil ich glaube, wir haben eine Minute gesehen, deswegen spule ich das vor, damit wir gleich noch eins machen können. Das ist ja definitiv klar. Wunderschön, das braucht man sich jetzt nicht acht Stunden geben, äh, acht Stunden, acht Folgen zu geben. Keine B. Ja, also da sollte... Alter, hast du sowieso verloren. Da ist der Rage-Hack on real, Freunde. Ich weiß jetzt so nicht, ob das jetzt gequieft war oder nicht, wenn das gerade so schnell ging. Wir können das noch schneller machen, aber... Theoretisch können wir auch auf Stop machen, aber... Gucken wir mal, vielleicht erwischen wir noch irgendwas, was... Was ein Highlight ist, quasi. Alle Gänse, ah... Lol. Wenn der geflasht ist, kann der irgendwie keinen Kill, hab ich das Gefühl. Okay, dann gehen wir weg A. Toh, dann geht der ganz gemütlich B. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Ja, wahrscheinlich, oder? Ach, Jungs, es ist wieder... Es ist zu geil, Alter. Und ganz ehrlich, Mann, ich muss euch mittlerweile sagen... Ja, 5 Pläten muss es nicht, okay. Was machen wir jetzt? Was war das für eine Logik? Naja, auf jeden Fall, äh, dieses Spiel, ja, macht momentan irgendwie, gar keinen Spaß mehr. Also Zielhilfe auf jeden Fall, Sichthilfe. Und das machst du so. So, ich muss das mal hier kurz ein bisschen leiser machen. So, ich hab gesehen, Freunde. Ja, es gibt so geile Ansteckende, und zwar Office hätte ich ganz gern hier. Boah, war richtig sexy. Aber 8 Euro, hm, ja. 9 Euro fast. Doch ein bisschen viel. Aber naja, gut. Wir können uns so lange den Streamer ein bisschen angucken. So. Oh, wir fangen mal ein bisschen lauter. So. Team Liquid versus Navi. Auf der Map Overpass. Schon ganz nice, die Map. Ich weiß nicht, dass ich es geil habe. Hm. Ich glaub, soweit ich weiß, ich hab ja, glaub ich, gesehen, Faceclan hat verloren. Vor zwei oder drei Tagen war das, glaub ich. Faceclan gegen, äh, Phanatic. Oder Phanatic hat verloren? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaub, Phanatic hat verloren. Faceclan hat gewonnen. Train war das, glaub ich. Oh, der war nicht Flashtfass. Oh, der war nicht Flashtfass. Oh, ja. Wird grad sein Moos. Der hat Daniel Forb stürmen sollen. Oh, naja. Hätt sowieso, glaub ich, verkackt, wenn der eine runtergesprungen wäre in Borsai. 5-0-up. Das hat nicht ein tolles Spiel, seit Liquid kam aus der Trap sehr heiß. Nummer 13. Zeus. Zack. Da ist der Klick da. Zack. Bin mal gespannt, ob es bald bald neue Maps geben wird. Aber nicht so wie jetzt Kanal oder dieses... Diese Zoo-Map da damals. Die war nice. Und da gab's noch andere Maps. Also, Agenzi kannte ich ja schon. Die gab's damals schon. Die ist jetzt aber wieder hier drin. Zum Glück kann man sagen. Aber das ist halt eine extreme T-Sided-Map. Aber ich glaub, da nehmen wir auch mal bald wieder was auf. So, Overwatch. Was ist jetzt hier? Dafür hab ich's nicht vorgespult. 1,70 Euro für diese scheiß Nebentäcke. Oh, es gibt wirklich ein Star Trek... Warte. Ein Star Trek-Aufbereitungswerkzeug. Nebentäckungswerkzeug. Achso, Austausch. Okay. Ja gut, Austausch. Warte mal. Was hab ich Austausch? Star Trek hab ich ja nur das. Und das war's eigentlich. Hätte ich jetzt woanders da hier in Star Trek, könnte ich das gerne mal für einen M4 klatschen. Und die hier. Oder auf meinen Aave. Aber das ist ja gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. No. Das heißt, jetzt muss ich mir eine billige Waffe kaufen. Mit billigem Skin mit Star Trek. Was günstig ist. Und dann aufbereiten. Also tauschen. Und dann hast du da... Gut zu wissen. Von 8 Cent. Das ist ja nichts. Das heißt, es war eine Bedeutung. Aber das ist ja nichts. Aber das ist ja nichts. Das ist ja nichts. JDS. Das ist ja nichts. Wir haben die Räume 7-6. So, back in it. Looked like they were gonna fall off or fall apart after losing the six in a row. But they still have some fight left. Could split the half still. With weapons to bring up once more. Und dann sehen wir uns bis dahin. Macht das gut. Euer Sepp. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Bis bald. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.